Okay, Sie sind von Vintage bei Carlotta. Das ist ja eine junge, tolle Designerin. Was macht die Carlotta? Carlotta hat als erstes Mal ein Kunde von Original-Geschneidung der 20. oder 70. Jahre. Und wir haben dazu noch Original-Geschneidung, die wir selbst schneiden. Und das sind halt die Kollisionen. Ja, das hatten Sie mir ja gestern auch schon gesagt. Das heißt, Original-Schnittmuster, teilweise aber auch Original-Stoffe, die Sie weltweit irgendwo recherchieren, in irgendwelchen Schneidereien, wo noch in einem Hinterstübchen was liegt. Und das ist sicher eine unheimliche Sisi für Sie.